Moin Leute, was geht? Erfurt Niko ist back und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Speed FAQ. Wir probieren jetzt so schnell wie es geht 100 Fragen zu beantworten. Wie lautet dein richtiger Name? Niko P. Cola, Fanda oder Sprite? Sprite. Von welcher Marke ist dein Duschgel? Dusch das. Lebst du im Haus oder in der Wohnung? Wohnung. Schläfst du mit Socken? Ja. Welche Farbe hat deine Wand? So ein blau-grau. Einzel- oder Ehebett? Ich habe ein breites Bett, aber es ist kein Ehebett. Duschen oder Baden? Duschen. Teppich oder Laminat? Laminat. Wie viel zahlt dein Monitor? Der eine glaube ich 24 und der andere 16 oder so. Welche Musik hörst du? Metal und ein bisschen Rap. Orangen- oder Apfelsaft? Multivitaminsaft. Mehr als drei Handys, Tablets oder ähnliches im Haus. Ich habe drei Handys, aber ich benutze nur eins. Wie viel Geld hast du gerade bei dir? Am Mann, keins bei dir. Biete mit Karte zahlen? Ja. Bist du... Ne, warte. Äh. Hast du ein Stofftier? Ja. Bist du verliebt? Ja. Hast du mehr als fünf fertige Zeichnungen? Äh. Wo vielleicht? Keine Ahnung. Ähm. Hast du eine ordentliche Federmappe? Ja, es geht. Kannst du deine Hefte führen? Ja, schon. Longboard, Skateboard, Waveboard da? Fragezeichen. Longboard. Welche Farbe hat dein Portemonnaie? Schwarz-Blau. Ist hier gerade langweilig? Bisschen. Beschreib deinen Charakter mit drei Worten. Einfach nur... Gefährlich. Bist du hungrig? Gerade nicht. Lieblings-Youtuber? Unge. Wie stehst du zu schwarzen Humor? Ist eine feine Sache. Kann man machen. Aber... Ja. Was machst du gerne? Zacken und Pennen. Nicht mich nicht bewegen. Lui. Ähm. MMM. Was? Das habe ich doch gerade schon gelesen. Lieblings-Zitat, Song-Gedicht oder ähnliches? Ähm. Suck my fuck von Chris Franzick. Warst du schon mal sauer auf dich? Jeden Tag. Lui. Hast du dich mal verletzt? Ja. Lieblings-Automarke? Äh. Eigentlich BMW, aber momentan fahre ich sehr auf Hyundai ab. Ist dein Zimmer aufgeräumt? Es geht Deutsch, Mathe oder Englisch? Englisch. Wie stehst du zu Sport? Feine Sache. Hast du mehr als 50 Cent rumliegen? Ja. Welches Getränk steht neben dir? Level up. Hast du einen Fernseher im Zimmer? Ja. Wie viele Fans hast du im Zimmer? Zwei. Kannst du gut singen oder tanzen? Ich übe singen, aber naja. Ob das was bringt? Andere Sache. Hast du viele Taschen? Ich habe zwei Rucksäcke. Füller-Marke? Ach ja, diese mit dem Radier-Dingsi. Wie findest du My Little Pony? Ätzend. Schon mal drüber nachgedacht, ob du pädophil bist? Nein. Was isst du gerne? Schnieze Lieblingsfilm-Anime. Uff, da stell dir mir jetzt eine Frage. Äh, 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 Goblins? Äh, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Ist deine Langeweile gegessen? Hm. Bist du knusper? Ein bisschen. Toast oder Graubrot? Toast. Bist du ein Sandwich-Maker? Ja. Hast du einen Toaster? Ja. Hast du viele Freunde? Es geht. Gut. Das waren jetzt knapp 50 Fragen. Aber mein Video geht nicht länger. Deswegen splitten wir das einfach für ein anderes Video. Obwohl, wir machen einfach 50 Fragen und dann passt das. Dann passt das. Gut. Dann würde ich meinen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt die Social Medias aus. Dann bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020